Ja, super. Schon wieder eine Zwanghafte. Das geht nicht gut. Wir müssen Timo wenigstens in ein anderes Zimmer verlegen. Muss ich? Haben Sie Schiss? Weil die anderen nicht wollten, dass ich herkomme. Der kommt aus der Geschlossenen. Krassartyp, oder? Ich verlasse mich darauf, dass du keinen Unsinn machst. Wir Fünfe werden über Weihnachten zusammen hier sein. Das ist eine spezielle Situation. Spürt ihr es nicht, wie euer Innere sich öffnet und ihr bereit werdet zu sprechen? Was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr über Weihnachten nachdenkt? Scheißgeschenke. Was ist denn gut? Druck. Vielleicht komme ich einfach nächstes Jahr zu euch. Musst es ihr wieder schwer machen, ja? Megadruck. Wenn ihr mich nicht mitnehmen, du ziehst das jetzt durch hier. Ich bin Weihnachten scheiße. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich fand Weihnachten als Kind eigentlich ganz schön. Mein Weihnachtsgeschenk für dich? Sie haben den Alkohol aus meinem Geschenkkopf. Ich frage die Fähre jetzt, wer das war. Die machen einen Speziellgang. Allein? Naja, zu viert. Sie haben Timo mit Fähre allein gelassen. Juhu! Ich führe eigentlich nichts. Du bist so ein Opfer, du musst dich wehren. Ich kann mich abfüllen. Oder? Ich will mich abfüllen! Ich will aufs Sehen! Der Junge ist ja nicht tragbar, mir ist ein Gewaltausbruch. Wir sollen traumatisierte Jugendliche schon angemessen reagieren. Wo sind wir denn hier? Wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerwald dreht. Mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder. Und du glaubst nicht an Wunder. Tada! Ein Weihnachtspimmel für den Baum. Kannst du nicht einfach mal die Fresse halten? Nein, kann ich nicht.